Moin und Willkommen zurück zur neuen Map! Entschuldigung! Und letztes Mal sind wir da rausgekommen. Ja. Und meine Waffe ist weggeleicht. Da kannst du den Rot-Tour-Puzzle gönnen. Oh nein, ich erinnere mich an die Mission ein bisschen. Ja, mit dem Bunko. Nein, ich glaube so mit verschiedenen Röhren. Und dann war es absoluter Horror, weil wir drei verschiedene Bosse hatten. Es war so eine Röhre, die es eingegangen hat. Ja, aber es war Bunko oder Röhre, ja. Nein, aus dem Bunko sind wir nicht gleich draussen. In einem Bunko gehe ich sonst auch nicht mehr. Ja. Nein, ich habe mir den Motto gebrochen. Aber du hast versucht. Du wirst nicht mehr Zeit. Nein, nein. Es ist normalerweise ein Positives nicht mehr. Ich habe eine Schöte Granate. Was ist die drüge? Ja. Da steht auch noch mal ein bisschen. Ja, das ist ein Rad zu. Ja, das ist ein Rad. We are so totally screwed! There's a squad coming! Ah, ich möchte da gleich nicht durch. Lass achten, lass achten! Komm, achten! Ich gehe da lieber hoch. Okay! Ja, ich habe keine Waffe, muss ich sagen. Ja, sicher. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich bin zum Glück gar nicht low. Hast du eine Waffe bei dir von mir? Ja. Ich kann es brauchen. Wo? Kann ich dich? Nein, nein, du hast nicht. Ich habe nur Sound-Sport gemacht. Mann! Du hast es verdient. Sie sind halt so gängig. Das ist so Instant Car. So werde ich auch die Aufnahmen nennen. Wirst du da überhaupt rüberkommen? Ja. Ja. Geh. Du weisst schon, dass ich die muss reviven. Das hast du sonst niemand gemacht. Du, Mates. Nein. Ich glaube, ich nenne nicht. Ich drücke dich auch weg. Futter! Wut ich schon. Ja. Wir력en von mir. Auf tritt hast du niemals. Ich meine, ich mache ihn nicht. Bei uns ist ein Ehrenamt. Nein. Nein. Wenn du mich auf kreativen Art Kilo drücken willst, ich mich anunciate mit einer Hedgehot auf dich. Jehhh. Wenn du mich auf kreative Art Kilo drücken kannst, dann kommst du mich einfach beim Hedgehot. Nein. Nein. Was macht ihr mit dir? Kannst du mich eigentlich vom Boden aus killen? Ja, ich kann. Das ist doch dumm. Dann kommen die Currywaffer und drücken mir zwei mal in den Kopf. Nein, ich habe auf den nicht geschossen. Ja, aber theoretisch wäre es ja... Das macht es nicht besser. Doch, weil es der Grund war, dass ich gestorben bin. Fakt ist, dass ich das nicht. Achtung, ich bin tot. Noch nicht, Ben. Noch nicht. Die Schalt ist gar nicht so stark. Ich. Blocken. Let's find a way around. Oh, that stuff really burns. Ich weiß nicht, dass ich auf das Auto kumpen soll. Hilfe! Wieso? Darum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich gucke gar nicht los. Achtung bitte, schütze mich. Ich habe verloren. Manchmal muss man Verlust einfach einsehen und damit leben können. Ja. Oh ja, was nehmen wir mit? Point the gun of the aliens, idiot! Alter, du liegst schon am Boden. Warum darf ich dir nicht noch mehr in den Kopf schiessen? Fuck you. Noch mal, lass mich hier liegen. Nein, nein, jetzt habe ich mich natürlich mitgezogen. Ich bekomme es einmal. Einen Ehren, Mann. Wenn es da aber irgendetwas... Oh, doch. Wie es hier aber etwas gibt. Was? Mit Kettel aus dem Schott. Was? Was? Whyゃ ich hier so gut fixieren? Wie es da so richtig Mira ist? W bin ich diese Karte? Wie kommen wir? Wofür asken es nur dann? Wofür? 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 Wofür kommen? Wofür kommen? Ich versuch's. Wofür kommen? Ich bin dumm. Jetzt bist du ein weiter Weg. Und ein paar Monschen. Und ein Buss. Alle sind wir separatet. Wir sind separatet. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Ich habe einfach ein Settler gemacht. Bei mir ist ein Boss. Ich muss es nicht sein. Ich habe ein Boss wirklich damage gemacht. Okay, ich bin down. Ich habe ein paar Monschen. Und ich bin mischt. Der Boss. Du schaffst es. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Ich bin aus dem Mund. Ich bin aus dem Mund. Bei mir ist der Boss. Er läuft aber weg. Theoretisch könntest du mich noch schnell reviven. Er kommt gleich hoch, der Boss. Ihr Kanalisationen sehe ich niemand. Wenn du zu mir rennst, kannst du mich theoretisch noch schnell reviven. Weil ich noch nicht gefinished bin. Ich kann schlecht zu dir kommen. Versuche einfach zu rennen. Kannst probieren. Probier irgendetwas. Wenn du es schaffst, kannst du es sogar noch als Medikid. Theoretisch. Ich bin tot. Help me. I can't get up. Unlucky. Das war's mit dem ersten Versuch. Ja. Aber wir bleiben direkt dran. Hilfst du noch, bis einmal spielen? Okay. Dann bleiben wir heute nicht direkt dran. Das war's. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Versuch. Tschüss. Tschüss.